Die erste Unerfolge und im Schwergebericht in der Monarchie aus Serbien, in der blauen Ecke der Teamfernerin, hier aus Spanien, Jens Tietze. Die erste Runde. Wenn die Schlange aus Serbienboschern bereit ist, durch die Frage zur ersten Runde. Die ersten Runde ist noch nicht am Ende. Die erste Runde ist und er ist noch nicht am Ende. Die erste Runde ist noch nicht so schön, dass wir das nach oben bekommen. Die erste Runde sind scheitbar bei den Rollen Ecke. Die erste Runde ist neben den Rollen Ecke. Die erste Runde ist höchstwürdig, Wie man als Florens in der Brust war? Die letzte Runde liegt dann im Gefangdaten. Die Kräte sind nicht alle. Vielen Dank. Houdt ihr weg? Houdt ihr weg? Houdt ihr weg? Applaus 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 Tja, aber so ist es nun einmal, auch hier haben wir den Ergebnissen. Beide Boxen haben nicht so gut zusammengefasst, das haben wir gesehen. Aber dieser Kampf hat trotzdem ein Urteil und das lautet. Sieger, nämlich Karol in der ersten Runde. Und das hat sich weiterhin Europa-Champion des UBF aus Wismar. Euer Mann hier für PSB-Coffice. Yes, Tiefel! Der Wienrichter hat gerade geschaut, der hat der Pizza bis abgerissen. Also das hatten wir schon, und zwar mit Nils Schmidt. Und bei Nils Schmidt-Smovic ist wahrscheinlich die gleiche Geschichte passiert. Er meinte, der Pizza bis abgerissen. Das hat nicht gesagt. Er kommt noch ein bisschen weg. Er kommt noch ein bisschen weg. Jetzt kann man da nicht viel machen. Dort ist es blau und dick und da muss es wahrscheinlich gelegt werden. Da haben wir Erfahrung, wenn so was. Das wird es gut gewesen sein, der Däger hat sich das an sich schauen. Aber jetzt wollen wir mal was sagen. Er ist wahrscheinlich auch unzufrieden mit dem Kampf an sich. Aber mit dem Sinn ist er wahrscheinlich zufrieden. Ja, ich bin hier in Holland. Ich bin hier in der Haltung. Hallo, Herr Professor. Hallo! Guten Abend. Es passiert natürlich eine Vorbereitung von einer Art, was nach Helmringen zu sehen ist, benutzen. Und diese Feeling natürlich auch für mich, genau. Zwei Mal uns akzeptioniert haben. Aber nichtsdestotrotz. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, und zwar, nun wieder aus dem Abend, ich habe das einfach aus der Stadt, und wenn Ihr es gewinnt, dann werden wir ihm seine Song widmen. Bleibt noch hier, dass Kiklis und Heiko von den Akustik-Clawboys. Hört mich das an, die Jungs, da haben wir noch was zu brüllen hier. Erstmal Glückwunsch jetzt. Gratulation, Mr. Tietze. Ski. 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 Ich habe sie über Wi-Fi.